Hallo meine lieben Herren da draußen, die einen funktionellen, sportlichen, lässigen, stylischen Schuh suchen. Könnte das dein Schuh werden? Der Schnürer Endzuhl ist natürlich mit zahlreichen funktionellen Eigenschaften ausgestattet. In dem Schuh hatte Samino zwei Einlagen eingebaut. Du kannst mit diesen zwei Einlagen variieren. So verschaffst du dir mehr Volumen im Schuh oder die Einlage gegen eine orthopädische Tauschen oder aber auch die Einlage genießen, die ist antibakteriell und bildshemmend und verhindert Fußgeruch. Das Obermaterial und Futter ist aus pflanzlicher Gärtenleder bei diesem Schuh kombiniert mit Mesh. Diese Materialmischung macht den Schuh widerstandsfähiger. Der ist auch sehr leicht. Mesh-Schuhe regulieren auch das Fußschlitzel, denn die sind atmungsaktiv, temperaturregulierend und natürlich luftdurchlässig. Auch das Größensortiment ist bombastisch. Von 40 bis Größe 50 kannst du den bestellen und man trägt Endzuhl nicht nur im Alltag, sondern nutzt den auch für sportliche Aktivitäten. Also schlüpft rein und genießt die Natur mit diesem bequemen Handschuh. Viel Spaß beim Shoppen. Eure Piki